Wo markiert ist oder nicht? Nein, nicht das Gelbe. Ich bin mit dem Tag zusammen, ich bin der Kopf auf den Fall. San Martin! Und los! Wo denn da? Irgendjemand hat okay gesagt, also auf Sprung. Also ich geh dahin, wo ich markiert hab, ne? Was ist denn? Da? Ja, das ist ganz gut. Hey, warum bin ich... Aber ich geh da oben auf den Hügel drauf. Wenn hier nicht zu viel landen, ne? Geh du auf den Hügel, ich geh das Gebäude, irgendwer geht in das andere Gebäude... Wir müssen auch gucken, wie viele Leute... Wir kommen gar nicht, geh nicht auf den Hügel. Nicht? Nein, du bist ein Gegner. Fuck, ich trotten, schießt Platz. Fuck, ich bin abgeschüttet, auch nur her. Hey, hier sind wir bei uns. Hey, hier sind wir bei Gegner. Oh, Stromleitung. Ganz viele Gegner. Dann mach sie kalt. Ja, ich bin mitten in ihn. Trink dir einen Schabgang mit denen. Matt verteilt AIDS. Wow, what the fuck, Tristan, oder? Ne, SKS. Bist du in meiner Lager? Wer ist in meiner Lager? Fabian muss er finden. Matt, Matt! Was denn? Alter, der anderen drüben sind zehn Leute oder so gelandet gerade. Ja. Dann stirbt ja ein Mensch. Freudig. Ja ein Hund. Ohne Telomere, oder? Ja, ohne Telomere. Fabian, eine DNA hat vier Enden. Hat vier Enden. Hast du an dem Ende deiner DNA Telomere. Das heißt, vier pro DNA. Tristan, nicht sterben! Tristan, nicht sterben! Tristan, nicht sterben! Komm her! Ich hab einen Daumen gemacht. Nicht Daumen gehen hier. Wo sind die Tristan? Hinten durch. Der muss jetzt reviven, glaub ich. Wo sind die Telomere, die du reinguckst? Hinten durch. Hm, vielleicht in der DNA und Finger. Alter, das ist ein Riechen hier. Schaft ihr das da hinten? Schaft ihr das da hinten? Schaft! Unter ist der Nöcke. Schaft ihr das da hinten? Schaft! Ups. Ich hab einen ausgenaut. Ich hab ihn ausgenaut. Wie hoffe ich noch? Das ist ja das. ich hab dir tristan wieder hochgehoben ja bin ich da deswegen schaffst du es da hinten aber keine mani mehr erfahr wenn du es ja bei mir das ist gut also mal in der nähe ich bin nicht dracula ah mein nacken ich hab sie genommen ja Fabian das ist die beste Taktik lauf auf deine Gegner zu schrei ich bin dracula und dann laufen die bestimmt genau also wir sind hinter der Halle 2 richtig scharf geschossen Fabian hast du beide Häuser hier gelootet schon nein ich bin nur in dem großen hab noch einen ja ja der muss noch irgendwo einer sein ich will da nicht rüberlaufen das sind ein bisschen böse Gegner hab noch einen oh macht der gut da hinten wow geht's nicht da oben drauf wenn da einer sein oder okay let's go ohne Ska hä da muss noch einer leben von denen hä stimmt ich hab ja sogar ein Skin für die Ska es muss nur einer leben ne weißt du sicher ich bin fast die Banane gerade weißt du das sollte es aber eigentlich nicht Alter das hast du abschreck mich doch nicht wieder Waffen wird sich stehen oh Tristan Alter ich hab den zusätzlich geschossen Tristan ich auch nicht komm auf die Tür die liegt doch ist wo Alter hinten und richtig heftig geballert hier ja ich bin teilweise richtig heftig geballert der ist es noch weiter aber ich frag mich schon wo ich geh jetzt nicht in mein Gebäude oder ich töte dich Fabio wo bist du? Tristan Hallo Tristan es ist auch es ist wir sind da ich ist jung gemacht wenn ich so ne Angst Leute habt ihr Visiere die ihr nicht braucht? nein ich hab noch nicht mal vernünftige Waffen Mann okay ich schon willst du ne SKS haben? nein okay naja ja lass mich mitkommen ich hätt alles dafür genommen aber okay die alle nach verdammt Mann du willst ne Shotgun? Entschuldigung dass wir im Team rumlaufen Lukas willst ne Shotgun? ihnen sind blöd ich will gestohlen komm lieber rein ne ich steh jetzt hier draußen hier ist es die Muni dafür ist das diese doppelläufige? du hast die Muni genommen ich hab eigentlich an die rüber gezogen ach das ist die dann markier mal jemand wo wir hingehen gleich ey wo ist denn die Muni? hey die hab schon ne grüne Muni hingeworfen ne doch nicht dann jetzt hier bei mir ich hab die eigentlich auch rausgezogen ihr hattest du auch hingeworfen aber die war dann wieder weg vielleicht hab ich die aus Versehen genommen anstatt der Shotgun dankeschön schön ich hab vorhin ne AK gehabt doch ich hab auf die M416 gewechselt ja ne AK liegt auch noch im Muni schuldig grüne Muni alter das war ja Skopings HEY das ist das Fall ich hab sowieso schneidens äh lass das Fall ich hätte ja sonst nen Shot ich brauch' jetzt echt ich brauch' jetzt echt grüne Muni ich hab' noch 12 Schusslatter mhm 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 grüne Muni so hab' ich leider nicht ich hab' noch 12 Schuss noch so die Karte voll oh hier ist grüne Muni perfekt so mein es gab es noch raus auszuhören hallo die Karte voll mhm 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 rauslaufen so dezenter selbst der Schilder in die Erkrankung und ich mitfahre also nun generell immer so grün und grün und Prozent diese Brauern hat einfach die 7. größeren Grün Grün und Grün und um ist 8 Fosco da war dann gleich irgendwer so ist es ja was hast du für eine Waffe auf die wir jetzt packen komm rein, komm rein, komm rein dann die Stuka-Bomber da kommt rein, Alter ja, ja von hier auf Heroes, was? wer hat denn die beste Slip eh, ich was hast du denn? ähm, ne Winchester ja, ich wollte den 8 Fosco ich hab ne SKS, aber ich hab schon 4 ich hab ne M416, da kann man theoretisch nachtfascope draufpacken nein äh, doch M416, ja ich meinte für eine Waffe auf die es sich auch lohnt draufzupacken ja, M416 hat ne so SKS will sich nur kann ich die M416 haben ich werde selbst verbunden wir müssen echt mal rufen uns ja, ich nehm grad hier noch ne bessere Shotgun mit die S12K ratzt halt richtig hart, Junge, Alter so 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 was du alles liegen hast, Mann Fabian, ich hab mehr weiteres Weg für dich wir sollten jetzt wirklich Fabian was gehörst du? ich hab mehr weiteres Weg ich steh hier, ich bin grad dir in die Fresse gesprungen du gehst weiter ich komm auch mal zu euch, dann kriegst du das Scope äh, ja, ist da danke und war dann da hast du? oh, danke damit hab ich jetzt die UMP und die S12 oh, ich hab auch noch ne SKS gefunden, okay ich hab ne SKS, aber ohne Muni Hallo? so, laufen wir jetzt los? jaa ich hab ne SKS ohne Muni und ohne alles andere wer hat grad den Nachtfach, by the way? ich hab den ich wollte nur sagen, ich hab ne SKS ohne Muni ich hab die nur so zu innen vor vorne ist ne weil sie immer noch AK Muni übrig hat ein bisschen was ist da vorne? wo ist könnten wir mit los fahren, ne? jaa okay, Fabian hast du jetzt, wer hat jetzt das, hast du jetzt 8-fach und 4-fach, Fabian? jaa was? einsteigen, jaa soll ich, soll ich, soll ich alle drin? nein, so wir beide weppe stehen okay, hab ich gesagt, du kannst hier das Geist Fabian, Tristan kann ich nach hinten gucken? sag Bescheid, wenn alle drin sind ja, das siehst du auch unten links hallo 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 wollt ihr echt, dass ich fahr? nein aber du hast dich reingesetzt jetzt ist zu spät jetzt ist zu spät oh shit alter, Tristan fährt nie wieder, alter ganz ehrlich das hat ja geklappt hat jemand ne Nate? nein ja ich hab ich hab, um ehrlich zu sein gedacht ich hab, um ehrlich zu sein gedacht, dass ich mehr bis sie nicht mehr wo ist es? bevor es Eier legt hm, halt, verzieht ja ich fährt weg, bevor es Eier legt wo ist es hin? keine ahnung da hinten auf der anderen Straßenseite Tristan, du fährst nie wieder Tristan, du fährst nie wieder nie wieder Bus generell hey, auch vor allem auf der Map, ne wenn du immer so ganz kleine Steine fährst dann ist das so wie wenn du auf Trampolin bist einfach es gibt aber nur ja, Nancy, freu dich auf morgen ja, echt mal ich bin übelst wenn ihr nichts mehr von mir hört, habt ihr alles gebrochen hör mal auf zu schießen da hinten oh, hier liegt noch jemand ja, der schießt auf mich, glaub ich nein ALTER was hast du mir auf geworfen? ALTER das war sogar ein HE aber wie du gesprungen bist, Digga so einmal huiii oh nein tschüss Performance AUTO wo? ich glaub von hinten nett ist das ich hab da noch er hat geschossen, Hilfe ha, von wem los ich hab da noch mal auf zu schießen, bitte ich schieße hier auf anders oder ist das nur Tristan von dahin? hä, ich bin das Tristan natürlich du hast einen Reifenkopf geschossen, toll was? Stufe 3 Helm, Stufe 3 Rucksack was? wir haben schon mal kein Auto mehr, danke Fabian hä? ich war das nicht, du bist Tristan hä, ich war das nicht, das war Lukas hä, ich hab noch nicht mal drauf geschossen, ja das war Tristan, Mann jetzt war's wieder keiner, genau hier liegt noch ein Vierfach ist ja nicht so, dass jetzt ein Auto mal ganz gut war ein Vierfach, ich brauch gar Vierfach, wo? hier hä, hast du nicht eben gesagt, da wär nur Nachtfach ja, das hab ich mitgenommen ey, du hast doch schon Nachtfach nein, das hat mit was fährt sie gerade? was fährt das? das Auto warum fährt das Auto? da sitzt gar keiner drin so, jetzt können wir fahren hör auf! hör auf! hör auf! ey, dieses Spiel als! ja! hör auf, Fabian jetzt seid ihr alle tot wann kommt ihr nicht weg? bitte? guck mal, jetzt rollts was ist das? was? lieee lauf, lauf! der der 김� wer den Berg runter, oder? okay wir laufen läuf bei euch sicher? ja, wir laufen oder hast denn ein anderes Fahrzeug könnten wir vielleicht eventuell auf denokum schließen wie die Öligützen im Talil Alder befning summm das regnet sicherst in den Gegner an, also? war die an, wow er hat's hoch gejagt, yeah Ich hab unsere Spuren vernichtet Ah nein, du hast bloß ne riesen Explosion gemacht und damit das lauteste Geräusch im Game-Pro sagt wahrscheinlich Ne, im Fahrzeug Kann der Schuss von dir? Ja, der war auf Matt Alter, Lukas! Du hast fast in den Schuss reingelaufen Jemand hat schon eine AWM, seht ihr das? Was? Hey, mit M24? M24, ja Oh, das war ein Held, ey, weißt du Oh, da wird einfach ein Fahrzeug überrollt Meinst du nicht? Der war nicht von dir, oder? Doch, der war für Fabian, Fabian schießt immer scharf von uns Hier liegt doch ein Schnellzug ein Vor allem, ich sag doch und ihr, ja Fabian war das Beschuss vom Berg Links Links! War doch eine vernünftige Angabe Oben, an der Kirsche Was für eine Kirsche? Oder was das für ein Ding ist? Sagt doch ne Gradzahl Äh 75 Treffer Kill Nice War der direkt tot? Ja, ich hab ihn direkt getötet Ich hab einen, Alter, einen Hits der SKS Entschuldigung hatte Ich bin so ein Gott, Alter Einmal un-gamed Kann ich mal nen Scope haben? Du könntest ja zweifach haben Scharfschützenanfänger Toll Ist grad eins getroppt? Nein, hier Ne, nein Oh Ne, zweifach hab ich auch Ja, dann nimmst du trotzdem mit Schuss Ja, wir werden beschossen Von rechts Von rechts Von rechts Von rechts Von rechts Die treffen aber nix die SKA ist einfach aus wie mit dem Dings drauf, Alter. Leute? Haltern? Ist jemand drin? Hallo? Nein. No. Ging eine Verbände drin in einer Woche. Weit hinten, aber... Fabian. Doch nicht, wenn wir hier schon beschossen werden. Nein, Fabian schießt auf. Ich weiß, aber Eva hat nicht Fabian auf uns geschossen. Pass auf, hier wurde gelootet. Äh, spielt ihr nicht zusammen? Doch. Eigentlich nicht. Fabian schießt wie so ein Affe durch die Wien. Es war Tristan, meine Feste! Normalerweise... Ich hab die SKS, das du doch grad geschossen hast. Du hast die SKS. Ja, ja, aber danach hat Tristan wieder geschossen. Hier ist gelootet, hier können wir nicht bleiben. Hopp, hopp, hopp. Hört auf! Ich bin das doch nicht! Ich sag doch nicht, dass du's bist! Jetzt kommt's! Ich bin es doch nicht! Ich hab zu viel Schuss für die Winchester, eindeutig. Ich hätt' nicht so weggehen müssen, eindeutig. Ich hätt' nicht so hochgucken mit dem Blanchot. Eindeutig. 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 Oh, da ist Picardo, wir sind verloren. Abdrehen! 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 Du willst die Winchester haben. Nein, ich hätt' aber gern grüne Muni. Ne, brauch' ich selbst. Ich hätt' die Pomsen walten sollen, wa? Ja. Auf jeden Fall. Sollen wir auch mal schießen? Nein. Los, die mal schießen. Los, die mal schießen. Nur, wenn du Gegner siehst, sollst du schießen. Mein Handy fragt mich gerade fest. Nein. Daraus bestehen Pompeln. A. 99% Wasser. B. 99% Vitamin. C. Also, nicht Vitamins, erst mal. Aber es kam aus der Stadt, oder? Ja. Warum fragt mein Handy mich solche Fragen? Weil du doof bist. Gestern kam die Frage, wann der erste Dracula-Film rauskam. Wann soll ich denn... Da, Dreck! Auf den Film! Boon! Hab' ihn ausgelockt. Hab' ihn ge... Oh mein Gott, ich werd' ihm geschossen. Ich bin down! Ich hab' keine Ahnung von wo. Ich krieg' hier den Back runter. Halt mich! Ich hab' 1 HP. Wir hoffen, dass man einfach rated oder sowas hat. Ja, wahrscheinlich. Ja, hab' ihn rated. Sonst überlebt's nicht. Ne, du hast ihn halt schon mal bereit, dass du direkt... Das ist auch... Ne, der hat dich geheilt. Du bist tot. Ja, ihr habt' keine Chance. Ich hab' zwei äh... Äh... Schaddi ist. Steck' mal hin. Ich könnt' mich nicht wiederbelegen. Ich hab' ne Chance, Alter. Ich schaff' das! Ich hab' ein Kill. Ah, fuck it, Alter. Ich hab' das Team davon ausgerottet. Nein, ich bin tot. Fabian! Hilfe! Fabian! Fabian, wenn wir nicht sehen, bist du rippt, ne? Weißt du? Sag' ich doch. Ich hab' den Wohrgraf von oben vom Berg und von unten abgeschossen, Leute. Ja, das war ein bisschen die Kacke. Hallo, ernsthaft? Elfter Platz, drei Kills, 89... 96... 96...